Nein! Ich hab die falsche Waffe drin gehabt, ich hätte nicht längst gehabt. Ich hab das Schadfitzengewehr gehabt. Alf, du bist 20 Meter in die Luft. Ach, geil. Das kriegt ja Alf nie hin. Guten Tag zu einer neuen Folge GTA Online. Ja, wir spielen hier alter LTS und warum? Weil er die letzte Folge Wolkenkratzer wieder monströs schlecht verloren hat. Ja Leute, der Verlierer darf sich jetzt immer die nächste Map aussuchen. Ist das nicht geil? Ja. Also darf sich Alf quasi immer die Map aussuchen. Du weißt, was wir hier nachher wieder spielen, ne? Nur danach spiele ich FIFA. Wolkenkatze. Du spielst überhaupt kein FIFA. Oh doch, mein Freund. Oh doch. Ich glaub, das ist grad ziemlich dumm, was ich mach. Oh ja, das ist sehr dumm. Was macht er denn da? Auf Alter! Siehst du? Jetzt werde ich nur noch... Wie geht denn das? Jetzt werde ich nur noch campen. Ich geh ne Leiter hoch und er springt da vom Dach. Ja, weil ich auf dich schießen wollte vor Schreck. Du bist da hinten weggerannt. Ne, ne. Ich hab dich ja schon einmal angeschossen gehabt. Die Lache. Nicht so was witziges sagen, wenn ich hier am Trinken bin. Klar hab ich mich angeschossen gehabt. Du hast mich nicht gesehen und ich hab dich da weggeschossen. Weggeschossen. Oh Mann ey. Ich weiß auch nicht. So, die mach ich. So, dann nehm ich mal diese Taktik jetzt hier. Ja, ich nehm jetzt auch mal diese Taktik jetzt hier. So. Bim, bidim, bim, bidim, bim. Auf drei lauf ich. Eins, zwei, drei. Bim, 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 bim. Bim, bim, bim. Bim, 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 bim. Bim, 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 bim. 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 mehr hatte weil ich einfach besser war da steigert er wieder raus ich höre ich nicht mehr deine bambusleitung deine bambusleitung wahrscheinlich holt er sich jetzt wieder würstchen und isst würstchen im video ja ganz genau so werde ich es tun und dann werde ich sagen du kannst es tun nein ich hab's überlebt vorausgefallen jedes mal jedes mal als pushen moment wie er da hockt da hinten denkst du ich seh dich nicht denkst du ich seh dich nicht nein wie er einfach so im pool landet ich hatte keine waffe bisher oh skype Heheheheh Nein, 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 nein. Puh. Puh. Ja, das war knapp. Ah, verdammt ey. Und dann scheiß Granaten da oben. Im Laufen. Habe ich dich zerstört. In die Luft gejagt. Mensch, du bist ja echt gut, du. Ja, das war echt gut, du. Ja, aber ich habe zwei Punkte auf deiner Lieblingsmap gemacht. Das ist nicht meine Lieblingsmap. Die Lieblingsmap ist Wolkenkratzer. So ein Schnacke, Alter. Ihr kriegt mit Glück mal einen Punkt auf Wolkenkratzer und ich habe hier zwei auf Alter gemacht. Womit? Mit Können. Da sagt er nichts mehr. Er weiß, dass er hier verlieren könnte. Das wurmt ihn. Weil wenn er verliert, dann wird er auf allen seinen Maps geschlagen. Tennisplatz Jawolski, Panzer Jawolski. Die will er ja nicht mehr spielen, weil er weiß, dass er da untergehen wird. Wie er rumschnackt hier. Nee, 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 nee. Komm. Ich habe das auf der Aufnahme. Alles Lügen. Nee. Habe ich nie in meinem Mund genommen, diese Worte. Oh doch. Nein. Oh doch. Nein. Oh doch. Oh nein. Doch, doch. Ich habe das auf dem Mund genommen. 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 Ich hab die falsche Waffe drin gehabt. Ich hätte nicht längst gehabt. Ich hab das Schafsitzengewehr gehabt. Halb, du bist 20 Meter in die Luft. Ach geil. Mann ey, ich hab die falsche Waffe drin gehabt. Also eigentlich steht es ja 4 zu 2 jetzt. War da Haftbombenkills. Irgendwie hast du Probleme mit der Aussprache heute, ne? Nö, nö, das leckt hier bloß ein bisschen. Ja, du leckst. Ist die Frage nur, wo dran? An deiner Frau? So ein Schnacker. Da sagt er gar nichts. Hä? Da sagt er wieder gar nichts. Hä? Jaja, genau. Hä? Alf, ich hab dir einfach 2 Punkte mal gegönnt. Ach süß ey. Ich weiß gar nicht was du lachst. Ich lach gar nicht. Hörst du mich lachen? Nö. Nö. Bist du? Nein, 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 nein. Och, das kann doch nicht sein. Die ist 5 Meter ey. So ein Rotz. Dritter Kill mit Haftbomben? Ja, lächerlich. Also Alf, das ist echt peinlich heute für dich. Warum ist das peinlich? Du kannst doch nichts anderes. Du kannst. Alf Puschi raged jetzt hier zum ersten Mal. Der kann doch nichts anderes als mit seinen Haftbomben. Das ist ja das. Also das habe ich alles bei dir abgeguckt. Hä? Ich taktiere ja. Ich wechsle die Waffen und so. Aber du, du machst ja hier dauerhaft Cheat. Na wenn es so einfach geht bei dir. So, ich werde jetzt Käpt'n, weil du mit dem modernen Scheißbomben überhaupt keine Chance hast. Money. Ich lass die Zeit ablaufen. Weil du führst, krieg ich dann den Punkt. Ja? Ja. Cool. Finde ich gut. Nein! Oh, Alter! Wo ist denn der Kleine? Nein! So knapp! So knapp! Du Sniper habe ich dich auf Alter ausgegeben. Du hast 2-0 geführt, oder? Mhm. Das reichte mir auch. Das reichte mir auch. Ein Punkt auf Alter. Alles war gut. Ich weiß ja, dass ich hier immer verliere. Deswegen ist mir... Ich wusste das ja vorher. Aber... Ja, Verlierer darf aussuchen, ne? Nächste Map. Nöö. Jetzt... Guck mal, jetzt will er schon wieder nicht. Hahaha. So Leute, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Gefällt gut. Jetzt will er wieder nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja. Guck mal, ich hab... Eigentlich war ich fast besser als du. RP und Bargeld? Also... Tschüss. Da wär ich nicht stolz drauf jetzt. Tschüss. Tschüss. Da geht er.